Sternzeit 51151,2 Seit die Sensorenverlangs des Dominion in der Argolis-Sternengruppe zerstört wurde, hat die Sternenflotte bei taktischen Grenzoperationen nur noch sehr wenig unter Gegenmaßnahmen des Dominion gelitten. Trotzdem hat sich nichts an der Tatsache geändert, dass jedes Mal, wenn wir zwei Jem-Hadar-Schiffe zerstören, drei neue an ihre Stelle treten. Ich befürchte, ich muss General Matok recht geben, wenn er die Schiffbaukunst des Feindes als beeindruckend bezeichnet. Die Klingonen sind alles andere als leicht zu beeindrucken, aber wenn es geschieht, handeln sie schnell. General Matok hat eine ansehnliche klingonische Flotte zusammengestellt und will einen Überraschungsangriff auf die Dominion-Schiffswerft bei Dosaria Prime starten. Unglücklicherweise haben unsere Langstreckensensoren eine große Streitmacht des Dominion auf dem Weg zur klingonischen Grenze ausgemacht. Da der Großteil der klingonischen Schiffe die Schiffswerft angreift, werden sie diese Offensive nicht zurückschlagen können. Und wir sind zurzeit nicht stark genug, um ihre und unsere eigene Grenze zu verteidigen. Wir müssen die klingonische Flotte alarmieren, damit sie umkehrt und ihre Grenze gegen das Dominion verteidigt. Allerdings sind die Schiffe der Klingonen getarnt und halten zurzeit absolute Funkstelle. Nur klingonische Subraumfunkrelais sind in der Lage, auf der richtigen Frequenz zu senden, um die getarnte Streitmacht zu erreichen. Diese Relais wird das Dominion als erste angreifen, wenn die erste Welle seiner Schiffe die klingonische Grenze erreicht. Wir müssen die Klingonen über diese Relais warnen und sie dann gegen das Dominion verteidigen, bis die Klingonen unsere Warnung empfangen und die zweite, größere Angriffswelle des Dominion abfangen. Verteidigen Sie die klingonischen Subraumfunkrelais in diesem Sektor, die wir benutzen werden, um die Flotte der Klingonen zu warnen. Bleiben Sie mit Ihren Schiffen nahe bei den Relais, bis die Klingonen den Empfang der Nachricht bestätigen. Ihr Computer wird Sie über den Eingang der Bestätigung benachrichtigen. Vernichten Sie die erste Welle Jem'Hadar-Schiffe. Sie werden versuchen, die Relais zu zerstören. Das darf auf keinen Fall geschehen. Falls die Relais zerstört werden, werden die Klingonen unsere Warnung nicht empfangen. Denken Sie daran, Sie sollten Ihre Schiffe verteilen, um möglichst viele Subraumrelais zu verteidigen, damit unsere Nachricht Ihr Ziel schnellstens erreicht. Das Schicksal des Klingonischen Reiches liegt in Ihrer Hand. Zu Ihrer Flotte gehören drei Schiffe der Sabré-Klasse, zwei Schiffe der Steamrunner-Klasse und ein Kreuzer der Akira-Klasse. Ich hoffe, es gelingt Ihnen, die Nachricht rechtzeitig zu übermitteln, Captain. Viel Glück! Super. Hallo und herzlich willkommen, der NRW bei 18 hier. Wir sind in der Mission 4 angekommen mit flinken Flügeln, diesmal richtig geschrieben. Und ich bin gespannt, wie viele Schiffe ich jetzt tatsächlich hier jetzt, ähm, mir, äh, verleiben kann. Ei, 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 ei. 6200. Ne, Akira-Klasse, ach, guck mal, 6400. Ei, 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 ei. Ach nein! Um Gottes Willen! Captain Sisko muss schon... Oh, Moment, was für ein Schiff will ich haben? Will ich die Defined? Ja, ich will die Defined wiederhaben. Dann, ähm, Akira und Steamrunner und Steamrunner. Na, guck mal da. Und dann hat er gesagt, Sabré-Klasse. Machen wir nochmal einen Sabré. Ähm, dann gucken wir jetzt hier mal bei den Captains. Ja, guck dir das an hier. Ich kann mir schon wieder keinen Captain leisten. Ey, das ist doch nicht wahr. Ah, doch hier. 8.000. 8.000. Ja, man sieht unten bei den Credits. Und wie viele Schiffe kriege ich dann noch? Genau. Keinen mehr. Oh, das kann doch nicht sein. Unzureichende Credits. Geht mir das auf den Nerv hier mit diesen Credits, ey. Zwei Schiffe nur. Worauf kostet nur 8.000. Na. Machen wir das mal so. Dann können wir nämlich hier ein bisschen... Ah, guck mal hier. 3.000 nur. Wobei, ich würde gerne einen Mensch haben. Vorne ist keiner mehr frei? Ah, doch hier. Guck mal hier. Lieutenant. Eieiei. Vielleicht nicht gerade. Lieutenant, 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 Commander. Hm. Nicht möglich. Warum nicht? Ich hab doch genug. Ach so, weil sie keinen kommandieren, das... Naja, okay. Ja, 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 okay. Schade. Und hier bei dem kleinen Schiff kann ich... ...dezieher nehmen. Das hier mal krass. Ruhe da hinten. So, komm mal da. Ich hab sogar noch ein bisschen Platz. Moment, aber... Ähm, Device... Äh, das will ich haben. Retro Trust. Federation the additional Retro Trust that provide created mainly by Pulse Speed. Oh, was haben wir hier? Federation this adaptation of Meta versus Shield technology to provide the great and shield and... Oh, will ich haben. Was haben wir sonst noch? Klingon Technology that increase the ship's weapons performs. Auch. Ja, damit. So, das hab ich, das hab ich, das hab ich. So, dann brauch ich noch ein bisschen Crew. Die ich mir wieder nicht nehmen kann. Ach, Leute. So, dann gucken wir noch mal, ob wir hier ein Sabré kriegen. Und dann dafür jetzt auch ein Captain. Ja, tatsächlich. Nee, dann... Dann möchte ich lieber... Warte mal. Ähm, dann können wir mal was ausprobieren. Ja, und das nämlich. Und Captain. Hm. So, dann statten wir meine Schiffe da auch mal ein bisschen besser aus. Das. Und das. Das und das. Jetzt hab ich Dex auf das kleinste Schiff hier gesetzt. Eieiei, naja. Egal. Hoffen wir mal, dass Dex überlebt. Hm. Federation of Medical Technology Loss Your Crew Tool Loss Loss Loss. Ja, das wollte ich doch auch noch haben. Oh. Fast eine Punktlandung. Sehr schön. Ich würde sagen, wir können unsere Flotte starten. Los geht. Eins, zwei, drei, vier, sechs Schiffe. Eieiei, ei. Warum bin ich jetzt getarnt? Nein. Keep the weapons platform operational until Klingon reformed. Get it shipped to the Klingon... Nurin, entdeckt. Akira, ausgewählt. One set. Ähm, ich versuch's erst mal so. Ziel wird angegriffen. Tonga, entdeckt. Tonga. Ach, du liebe Zeit. Wollen wir mal ein bisschen dahin warpen. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind da. Okay. Ich versuch's erst mal, alle zusammen zu bleiben. Desto schneller sind wir nämlich, äh, fertig. Eieiei, das ist aber ziemlich weit weg hier. Guck mal, da sind wir. Ach, Herr Jemine. Wir sind nämlich jetzt alle da bei dem. Das sind drei Stück. Nurin, entdeckt. Jetzt da auch, okay. Boah. Das ist verdammt weit weg. So, jetzt sind wir da. Tonga, entdeckt. Boah. Voller Impuls. Nurin, entdeckt. Angriff bestätigt. Wie lang denn noch? Jetzt kipp endlich mal Feuer hier. Okay. Okay. Sonst gibt's mein... Oh, oh. Komm jetzt. Oh, dieses Drehen. Verdammt. Angriff. Angriff bestätigt. Sabree zerstört. Toll. Angriff bestätigt. Die Gruppe 1 ausgibt. Feindliches Schiff angriff bestätigt. Was machen die hier schon wieder? Warum träumen die? Hallo? Angriff bestätigt. Angriff bestätigt. Gruppe 1 ausgibt. Feindliches Schiff zerstört. Gruppe 1 ausgibt. angriff angriff bestätigt angriff bestätigt drei stück das war ein bisschen fies hier angriff bestätigt angriff bestätigt er ist kaputt was ist denn da gerade kaputt gegangen ich habe erst ein schiff verloren das ist gut so weit jetzt doch mal stehen die feind ausgewählt angriff feindliches schiff zerstört sehr gut angriff bestätigt dieses im kreis fliegen das ist taktik von denen kann das sein angriff verfeindliches schiff gestört toll gut dann müssen wir es so machen steam runner ausgewählt gruppe 2 ausgewählt koordinaten als ziel gewählt entdeckt steam runner ausgewählt bestätigt die feind ausgewählt angriff bestätigt tonga entdeckt so jetzt habe ich ein bisschen aufgeteilt ich hoffe das geht jetzt eher auf wobei ich wie ich hier gerade sehe die beiden stärksten schiffe habe ja hier ein decks und die machen mir ein bisschen sorgen weil decks hat das schwächste schiff das problem ist wir sind so weit weg das ist unglaublich bis wir da sind voller impuls angriff bestätigt wo ist jetzt angriff bestätigt jawohl ja irgendwie bestätigt angriff bestätigt aber wieso tut sich hier denn nichts angriff bestätigt jemada kreuzer entdeckt kreuzer ach du scheiße irgendwie also ich weiß nicht schiff zerstört ja schön angriff bestätigt angriff bestätigt gruppe 1 ausgewählt angriff bestätigt was macht denn jetzt die akira da hinten macht ihr auch mal was angriff bestätigt ich drifte gerade ein bisschen zur anderen seite kann das sein du tust auch noch was das ist schön angriff angriff bestätigt wir brauchen so lange hier das ist ja unglaublich ja die markt endlich angriff bestätigt angriff bestätigt es geht kaputt aber dex ist noch da das nächste angriff bestätigt ja was soll ich denn machen hier auch mein king was nein restart akira ausgewählt ziel bestätigt steamrunner ausgewählt gruppe zwei ausgewählt die feind ausgewählt tonga entdeckt gruppe zwei ausgewählt guck dir das an wir sind doch gar nicht da und die legen schon los kardassianische jäger entdeckt gruppe zwei ausgewählt angriff bestätigt gruppe eins ausgewählt gruppe zwei ausgewählt gruppe zwei ausgewählt immer wort immer wort nur die entdeckt jetzt ist die frage soll ich halt guard another ship jetzt greift er aber nicht an was soll das denn jetzt gruppe eins ausgewählt gruppe eins ausgewählt gruppe eins ausgewählt was ist das denn jetzt hier gruppe eins ausgewählt angriff bestätigt herrgott gruppe zwei ausgewählt sehr schön ist hier noch was in der nähe sabri zerstört toll gruppe eins ausgewählt die feind was moment ausgewählt da wurde doch gerade feindliches schiff zerstört angriff bestätigt gruppe zwei ausgewählt angriff gruppe eins ausgewählt angriff bestätigt feindliches schiff zerstört ich krieg die schiffe gar nicht so schnell zerstört wie die hier angriff bestätigt komm angriff bestätigt steamruppe zwei ausgewählt angriff bestätigt angriff bestätigt angriff bestätigt gruppe eins ausgewählt angriff bestätigt angriff bestätigt angriff bestätigt hier ist jetzt was das immer noch einer angriff bestätigt so oh helft da unten angriff bestätigt gruppe zwei ausgewählt angriff bestätigt gruppe eins die feind ausgewählt oh Gott das geht doch schon wieder schief hier angriff bestätigt gruppe eins ausgewählt angriff bestätigt an Die Feind, ausgewählt Frontschilde werden verstärkt, Angriff bestätigt Halleluja Gruppe 1, ausgewählt Die Feind, Angriff bestätigt Gruppe 2, ausgewählt Ziel bestätigt Gruppe 1, Angriff bestätigt Die Feind, ausgewählt Boah, ist das ein Rukuspokus hier Gruppe 1, ausgewählt Angriff bestätigt Gruppe 2, ausgewählt Angriff zerstört Steamrunner, ausgewählt Feindliches Schiff zerstört Angriff bestätigt Gruppe 1, ausgewählt Für Primärziel gescheitert Ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr Wir sehen uns irgendwann wieder, bis dann Akira, ausgewählt Gruppe 2, ausgewählt Gruppe 2, bestätigt Die Feind, ausgewählt Ausgewählt Gruppe 1, bestätigt Tonga entdeckt. Akira ausgewählt. Die Feind ausgewählt. Kardassianischer Jäger entdeckt. Kardassianischer Jäger entdeckt. Gruppe 2 ausgewählt. Angriff bestätigt. Gruppe 1 ausgewählt. Angriff bestätigt. Nurin entdeckt. Angriff bestätigt. Ziel wird angegriffen. Nurin entdeckt. Tonga entdeckt. Angriff bestätigt. Angriff. Feindliches Schiff zerstört. Feind. Feindliches Schiff zerstört. Die Feind ausgewählt. Feindliches Schiff zerstört. Feindliches Schiff zerstört. Angriff bestätigt. Angriff bestätigt. Angriff bestätigt. Angriff bestätigt. Gemada-Jäger entdeckt. Gemada-Kreuzer entdeckt. Gruppe 1 ausgewählt Akira ausgewählt Gruppe 2 ausgewählt Angriff bestätigt Feindliches Schiff zerstört Die Feind ausgewählt Gruppe 1 ausgewählt Angriff bestätigt Angriff bestätigt Feindliches Schiff zerstört Gruppe 1 ausgewählt Angriff bestätigt Die Feind ausgewählt Gruppe 1 ausgewählt Feindlich Befeindlich Feindliches Schiff zerstört Angriff bestätigt Feindliches Schiff zerstört Angriff bestätigt Die Feind ausgewählt Feindliches Schiff zerstört Klingon Fleet detected Was? Cool Ähm Gruppe 1 ausgewählt Angriff bestätigt Gruppe 2 ausgewählt Angriff bestätigt Akira ausgewählt Feindliches Schiff zerstört Gruppe 1 ausgewählt Angriff bestätigt Die Feind ausgewählt Das sieht gar nicht mal schlecht aus Angriff bestätigt Primär Objekt complete Keep the Weapons Platform Operation Until Klingon Ja ich glaube ich hab's Boah endlich ey Hallo Würde die auch mal treffen Danke Gruppe 1 ausgewählt Warum denn nicht mit War Ach scheiße Schieß doch mal ein bisschen schneller Ich habe keine Zeit Ja da sind doch schon die Phasers Das heißt wir kommen in Reichweite Und ich habe jetzt mir im Vergleich zu eben Mir jetzt immer im Prinzip die Teams ein bisschen aufgeteilt Und auch die Schiffe jetzt ein bisschen anders geteilt Ich hab die ganze Mission nochmal neu angefangen Und habe mich dann auch immer darauf konzentriert Die Energie halt des Schiffes Jawoll Angriff Die Energie des Schiffes halt zu nutzen Angriff feind Ja komm 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 Die Feindliches Schiff Gruppe 1 Angriff Gruppe Gruppe Angriff bestätigt Komm 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 Gruppe Feindliches Schiff Verbündetes Schiff Zerstört Scheiße Komm jetzt hier Na immer Immer verkehrt Gruppe Oh da kommt doch schon die 1 Also wieso kann ich das jetzt hier nicht anklicken Gruppe 1 Wieso kriege ich das jetzt hier nicht unten in die Auswahl Vermalle seid nochmal Gruppe 1 Angriff bestätigt So jetzt Komm jetzt Attacke Feindliches Schiff Zerstört Gruppe 1 Ausgewählt Das sieht ganz gut aus Feindliches Schiff Ausgewählt Ja das sieht gut aus Das sieht gut aus Wo noch Nicht möglich Gruppe 1 Wo denn Ist das jetzt alles okay oder Gruppe 1 Ausgewählt Die Feind Ausgewählt Die Feind Ausgewählt Angriff bestätigt Gruppe 3 Ausgewählt Okay Ich komme euch unterstützen Ich bin gleich da Ich hoffe jetzt nur Dass das jetzt kein Fehler ist Dass ich jetzt die Idee Ja da Ungeschützt lasse Aber die Klingonische Flotte ist ja da Das heißt wir müssen die jetzt unterstützen Feindliches Schiff Zerstört Ja das hört sich gut an Wortschah Entdeckt Wortschah Gemadar Schlachtkreuzer Entdeckt Eieieieiei Kitinga Entdeckt Kitinga Das hört sich ja witzig an Wie lange brauche ich denn jetzt noch Um da hin zu kommen Du scheiß Guck dir das an hier Aber grün sind Verbündete Quortschah Entdeckt Code Message Transmitting To Klingon Fleet Ja Das sieht gut aus Dann will ich jetzt mal hoffentlich Das ist jetzt hier Bald Angriff bestätigt Hinkommen Das lass ich mir doch nicht nehmen Feindliches Schiff Och die Feind Was machst du denn hier Die Feind Die immer mit ihrer Tarnung Ja cool das war's Mega geil So Cool Victory Wow Na immerhin Wie viel kriegen wir Naja Naja immerhin Tja Freunde Das war die vierte aufregende Mission Eieieiei Ich möchte nicht wissen wie die letzten Missionen werden Also wir haben es geschafft Freuen wir uns auf die nächste Mission Macht es gut Bis dann NRW bei 18 Adieu